So, Meldung. Da, Gitter ausgelegt. Ja, das kriegt man auch noch weg. Da kenne ich schon jemanden, der Bock auf sowas hat. Jetzt kommen wir eigentlich zum Hammer des Tages. Wir kommen wirklich zum Hammer des Tages. Aufpassen. Bild-Zeitung. Irgendwas mit Jens von 1994. Fast amtlich. Unglaublich. Ja, und noch mehr Hammer. Kommt jetzt gleich. Ach, immer noch weiter geht's hoch nach oben. Uah, süß. Die Rollschuhe, die wurden schon lange nicht mehr gefahren. Um nicht zu sagen. Schon am besten ist gesehen. In dem Rollschuh. Ne, ich auch noch nicht.